also hier leute euer tozo ist wieder mitten in new york mit monkey unterwegs und ich glaube wir haben was übersehen ich habe das letzte mal was leuchtend sehen da seht ihr und das wollte ich euch noch zeigen weil umsonst ist das hier ja nicht ja mittlerweile ich weiß ich dass es dich ab sind und wir können da seht ihr das hätten wir fast vergessen so kommen wir daher ja schau wo wir überall hin können also ich sage heute das spiel ist nicht ohne die steuerung hakelig die audie einstellungen witzig und da hätte er nicht drauf springen können ja unser einziehen und ja das war es vorerst einmal